Wissenschaftler am Institut für chemische Technologie organischer Stoffe an der JKU haben einen umweltverträglichen Klebstoff aus dem nachwachsenden Rohstoff Rizinusöl entwickelt, der alle wichtigen Komponenten in einem Lithium-Ionen-Akkumulator zusammenhält. In Wasser hergestellt und in Wasser recycelt, wobei Metalle mit eingeschränkter Verfügbarkeit wie Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt energiesparend und umweltfreundlich rückgewonnen werden können. Diesen Service-Tipp widmet Ihnen Business Arpa Austria.